Musik Oh mein Gott Leute, oh mein Gott Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal Tja, was soll ich sagen Leute, ich dachte ich kann heute ganz entspannt den Feiertag genießen Aber Blizzard hat es natürlich mal wieder getan Ich lese einfach mal vor WoW Classic, Struktur der europäischen Rams Die Veröffentlichung von WoW Classic rückt näher und wir finden, was jetzt ein guter Zeitpunkt ist Um über unsere Pläne für die Rams hier in Europa zu sprechen Wir haben mehrere verschiedene Rams vorbereitet PvP, PvE und Rollenspiel Rams Für WoW Classic wollen wir die Rams nicht nach Sprache aufteilen Diese Entscheidung hat ihre Vor- und Nachteile Aber insgesamt glauben wir, dass das den besten Startpunkt für WoW Classic darstellt Die einzige Ausnahme bildet Russisch Weil hier das kyrillische Alphabet benötigt wird, werden wir für diese Sprache eigene Rams bereitstellen Aus technischen Gründen bedeutet das auch, dass es für Russisch einen eigenen Spielclient geben wird Ähnlich wie es schon bei Burning Crusade der Fall war Wir glauben, dass dieser Ansatz Spielern die Möglichkeit gibt Sich frei zu bewegen und Gilden und Freunde zu finden Die ihre Interessen teilen Ja, liebes Blizzard-Team Und genau an dieser Stelle irrt ihr euch Die Entscheidung, keine nationalen WoW Classic Server zu bringen Verstört im Grunde genommen genau diese Immersion Dieses Server-Feeling Wovon ihr eigentlich seit Monaten redet Dass ihr das quasi wieder aufbauen wollt Den Leuten zurückbringen wollt Genau das wird eigentlich dadurch zerstört Ja, indem man quasi sagt Okay, es gibt nur europäische Server Ja, bei den Amerikanern ist es glaube ich nicht so dramatisch Die haben glaube ich einmal im Osten, einmal im Westen irgendwie ihre Server Das ist nicht so wild Aber in Europa ist es meiner Meinung nach einfach ein absoluter Fehler an der Stelle hier Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll Es ist einfach Ich hätte nie im Leben damit gerechnet Wirklich, dass man bei so einem gigantischen Hype momentan Ja, bei so vielen Leuten, die sich auf Classic freuen Bei so viel positivem Feedback irgendwie Dass man das jetzt nicht schnallt Dass es einfach essentiell wichtig ist Für die europäischen Spieler Auch nationale Communities und nationale Server zu bekommen Ja, es ist einfach unglaublich Wie hier das wieder nicht zu Ende gedacht wurde Ja, und Ich möchte an der Stelle wirklich auch jeden In der deutschen Community dazu aufrufen Quasi unten in der Videobeschreibung Mal die Hashtags und Twitter-Verlinkungen rauszukopieren Und auf Twitter zu gehen Das einzufügen Und einfach da mal euren Unmut müssen Freien Lauf zu lassen Einfach mal Blizzard-Feedback zu geben Ja, konstruktiv Ja, nicht beleidigen Aber einfach mal sagen So, ey, ich bin damit nicht einverstanden Das finde ich irgendwie uncool Ja, ich denke, jetzt ist auf jeden Fall der Moment Wo wir aktiv werden können Ja, das heißt Teilt auch gerne das Video hier mit euren Freunden Gerne auch mit Retail-WOW-Spielern Wie auch immer Die sich vielleicht auf Classic freuen Aber doch so gar nicht richtig mitbekommen Was da eigentlich gerade abgeht Ja, wie gesagt Momentan plant Blizzard wirklich Keine nationalen Server zu bringen Ja, das heißt Wir hätten europäische Server Ja, und Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz Ja, darstellen Was es eigentlich bedeuten würde Ich habe jetzt seit vielen Jahren Auf Privatzimmern gespielt Die waren immer international im Grunde Die waren immer auch Gerade im europäischen Raum Da waren viele Dänen Schweden Keine Ahnung Deutsche Franzosen Da war alles einfach vertreten Und das hat auch Bock gemacht Klar Das war cool Man hat sich im Handelschat Im Allgemeinschat Im Worldchat Mit Englisch unterhalten Mit Englisch verständigt Und das geht Ja Nur Es haben sich dann immer irgendwann auch Deutsche Gilden gegründet Niederländische Gilden Ja, wie auch immer Es hat sich quasi von jeder Nation auch Eine Gilde gegründet Und die haben sich dann natürlich Ja, untereinander auch Separiert Die haben sich Abgegrenzt von den anderen Gilden Und das führt einfach dazu Dass wir dann auf den Auf den Classic-Servern Hier in Europa Server haben werden Wo es keine Server-Community Geben wird Sondern Es wird eigentlich Eine Ja, sehr aufgeteilte Community geben Die Leute werden sich In ihren Sprachen Fortbewegen Mit den Leuten Aus ihrer Sprache Gruppen machen Und so weiter Und viele Dinge Wo man Absprache benötigt Zum Beispiel das Akku Raw Effort Event Andere Dinge Werden einfach Total problematisch Weil man immer Das alles über Englisch klären muss Und Man Einfach Wenn man nicht in seiner Muttersprache Mit jemandem spricht Immer irgendwie Nicht so persönlich Werden kann Wie es halt einfach In der Muttersprache Sein könnte Ja Absoluter Fail An der Stelle Wie gesagt Meiner Meinung nach Komplett unverständlich Wie man Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt Wo Classic so mega am Hypen ist Einfach jeder freut sich Darauf gefühlt Und Es würde richtig durch die Decke gehen Ja Viele Retail Spieler Wollen wieder anfangen Und so weiter Ich habe echt schon Die Befürchtung Oder die Vermutung Dass es vielleicht sogar Zu viel Positiver Hype war Und die einfach Irgendwie Schiss haben Dass sie sich in der Gaming Entwicklerwelt Wie auch immer Lächerlich machen Weil die Leute Bock auf ein 15 Jahre Altes Game haben Und nicht auf den aktuellen Shit den sie machen Ich habe keine Ahnung Leute Ich weiß es echt nicht Nur ich bin wirklich Der Meinung Dass diese Entscheidung Die Immersion Also das Roleplaying Feeling Dieses Server interne Feeling Einfach komplett Stören wird Beziehungsweise sehr sehr Einschränken wird Und unnötigerweise Ja Ich weiß nicht Ich bin kein IT Pro Oder wie auch immer Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass in der heutigen Zeit Das so aufwendig sein kann Für jede Region Server anzubieten Die irgendwie alle in der Cloud hängen Mit Layering und so weiter Ich weiß es nicht Ist echt sehr sehr komisch Und wie gesagt Gerne die Twitter Verlinkung Unten rauskopieren Macht die Leute aufmerksam Leute Teilt das Video hier Tweetet darüber Schreibt Foren Beiträge Macht Blizzard jetzt Darauf aufmerksam Dass wir hier in Europa Damit nicht einverstanden sind Und schreibt mir auch gerne Unter dem Video mal eure Meinung Findet ihr das irgendwie Schlimm Dass es so kommt Oder sagt ihr Ne ist mir doch egal Ja gerne eure ehrliche Meinung An der Stelle Und Ja was denkt ihr Wird es für Auswirkungen Auf die Server haben Wie gesagt Ein paar habe ich schon angesprochen Ich finde es einfach Mega schade Dass wir da Überhaupt Wieder darüber diskutieren müssen Naja Schreibt mir gerne mal Die Meinung In die Kommentare Und An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen Was ich auf jeden Fall Hier auf meinem Kanal Auf Deutsch Weitermachen werde Ich werde jetzt nicht Anfangen mit Englisch Und ich bin trotzdem auch Wenn wir die europäischen Server bekommen Immer noch Dankbar dafür Dass wir überhaupt WoW Classic bekommen Ja Muss ich trotzdem an der Stelle Auch sagen Ich finde es natürlich schade Dass wir uns jetzt dann doch Wieder in diese Richtung bewegen Aber trotzdem wird es hier alles Weiter laufen Ich werde weiter Content auf Deutsch machen Und auch auf internationalen Servern Werde ich natürlich euch mit deutschen Videos Weiter versorgen Weil ich einfach denke Dass es sinnvoll ist Und weil ich einfach Bock drauf habe Ja Und eine Sache noch zum Schluss Ich habe im Forum hier schon Den Vorschlag gesehen Dass eventuell eine Lösung sein könnte Angenommen wir würden Sechs europäische Server oder so bekommen Ja Dass sie einfach die europäischen Communities Absprechen am Ende Und sagen Ey Ihr geht auf den Server Und wir gehen auf den Server Und so weiter Das könnte klappen Ja Dass man die vielleicht unter sich aufteilt Wenn es da irgendwie Sobald wir die Servernamen haben Weitere Bestrebungen In dem Bereich gibt Werde ich auf jeden Fall auch Mich dann engagieren Und versuchen Das irgendwie auch zu unterstützen Ja Weil Es kann schon klappen glaube ich Ja Weil wenn dann irgendwie Ein Server wirklich 80% Deutsche hat Dann werden da glaube ich Auch andere irgendwie abwandern Oder keinen Bock mehr drauf haben Von daher Vielleicht ist das so Die letzte Zuflucht Die wir dann haben werden Muss man mal schauen Ich hoffe es kommt nicht so weit Und Blizzard ist auch An der Stelle hier nochmal Zum Umdenken bereit Ja Lassen wir uns überraschen Leute Ich bin raus Ich bin raus Meinungen unter das Video Vielen Dank Ciao Ich bin raus